Leute, heute habe ich was richtig krasses vorbereitet und zwar habe ich eine Mario Kart-Strecke gebaut. Wir haben eine stundenlange Arbeit, haben wir hier was gebaut, ey. Genau, und das werden wir heute machen, zusammen gegen Gambo und Fabi. Wir haben Gambo und Fabi eingeladen, hier auf unserer Rennstrecke mitzufahren. Ja, genau, die Autos hier habe ich auch alle selber gebaut. Viel Spaß mit dem Video und let's go. Wir starten jetzt, Elina, du kriegst jetzt noch dein Auto, du kriegst deinen eigenen Kön- Pompfiziert. Mit der Kerkatzer, die können doch bestimmt auch richtig anfangen. Zehn Diamantensteuer, Strafzahlung. Bitte, ich habe zwei Maden. Hier, bitteschön. Ich will, dass du jetzt die vier Maden isst, wenn du es wieder zurückhaben willst. Ich kann das nicht essen. Ich habe dir vor allem nur zwei gegeben. Da muss man auch mal Augen zu und Nase zu drücken. Benjamin, du kriegst einen goldenen Apfel und wir vergessen die Sache. Oha. Fabi hat den geklaut. Oh mein Gott, das ist Ambosstrafe. Elina bekommt jetzt auch noch ihren Wagen. Elina, du darfst den Wagen sogar behalten. Ach, mir aber nicht, oder wie? Hätt ich doch. Oh, alle dürfen den behalten. Nicht, falls wieder nach Hause. Tschüss. Fahrer Fabi, bring mich. Oh, was? Wie redet der mit dir? Hä, es war doch so. Fabi ist mein Fahrer. Ja, dann hol das Auto. Fabi ist mein Zeuge. Okay, ich war doch nicht. Fabi, kriegst du doch viel Geld? Elina, ich gebe dir einen Toten, hier, bevor Fabi dich wieder totfährt. Nichts kriege ich dafür. Boah, nice. Danke, Ben. Hä? Kriege ich auch einen? Nö, ich habe nur noch den. Ich will auch einen. Ich habe keine mehr. Aber ich möchte auch einen. Ich will, guck mal, ich kann das. Oh, Mann, ey. Ich würde ja meinen Rucksack nachgucken. Ist das meine Karre? Kann ich mich schon fahren? Ja, du darfst den schon fahren. Elina, du fängst auch jetzt als erstes an, weil du als letztes dazu gekommen bist. Cool. Erstmal Zeit fahren, um die Position zu bestimmen. Und dann ein Big Cannon. Ah, boah, das kenne ich ja von der originalen Rennstrecke. Benjamin, das nimmst du zum Rennen. Benjamin, da du hier der akkurateste und auch der älteste bist, darfst du die Zeit stoppen. Haha. Nein, der stoppt nicht. Der stoppt für sich. Ich stoppe. Nein, nein, Ben. Ich stoppe mit. Du musst es schon. Ich mache den Stopper. Die Leute in den Kommentaren stoppen auch mit. Ja, Mann. Ich stoppe auch mit. Elina, ich wünsche dir viel Glück. Warte, ich habe eine Frage zum Regelwerk. Ja. Start so ab hier oder ab da. Hinter der weißen Linie. Aber Reifen darf berühren. Nein. Nee. Das gucke ich mir hier an. Äh. Stopp. Stopp. So, fast. Okay. Okay, die Plätze. Fertig. Ups, Entschuldigung. Oh, Milch, Start. Ich habe das verkackt mit den Farben. Und dem, wie ging das? Vorne und hinten gleichzeitig drücken. Aber jetzt muss ich ja fünf. Oh nein, ich sehe nichts. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ui. Ui. Oh. Oh. Was? Alter, Junge. Oh mein Gott, was ist das denn? Alter. Junge. Hier wird anders abgekriegt. Ah. Ah. Junge. Was ist denn jetzt? Das hat die in Hörerschein gemacht, ey. Oh, das war sauber, das war richtig clean. Nein, ich bin da. Nee, ich habe schon Stopp gedrückt, Elina. Aber bis sie mit deinem Weg fahren. Junge. Ich habe es noch. Warte, warte, warte. Die ist auch nicht durch. Die ist auch nicht durch. Und jetzt ist die durch. 34,5. Stabile Zeit, oder? Was war da denn los? Warst du da im Drift-Modus, oder was? Die hat das halbe Feld noch geflügt hier. Junge. Fabi will den Server hacken, oder so. Junge, 34,5. Ja, ähm. Ich dachte, wenn der 34,5. Na. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Daniel, bitte mal, ich brauche hier Platz auf meiner Strecke. Auf die Plätze, fertig, los. Los, go, 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 zieh durch. Oh, 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 was ist das denn? Da wird doch heftig abgekürzt. Abkürzer, das geht plus drei. Jungs, ich, oh mein Gott, so schnell. Ja. Holy. Das war richtig schnell. Machen wir plus drei? Das war doch kein Abkürzer. Ja, machen wir pro Abkürzung plus drei. Dann hast du 15,8. 15,8. Benjamin, damit bist du an der Reihe. Oh, man, ey. Ben macht einfach so einen Drift so um diesen Pfeiler hier rum. Der macht jetzt... Hat einfach nur plus drei. Hahaha. Oh, guck mal, ich bin im Ziel. Ja, guck mal, wie langsam ich bin. Was ist das denn? Voll der große Rad. Plus drei, Ben. Abkürzer. Wendekreis wie Busfahrer. Bist du ready, Ben? Ich nehme hier einen Millimeter mit. Wer macht die Teilchen, Ben? Okay. Drei, zwei, eins. Go! Go, 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 go. Alter, jetzt weiß ich ja, warum Elina hier so rumzieht. Oh, da wird anders abgekürzt. Oh, mit einem Reifen. Null Sekunden, oder? Oh. Junge, wo schallert es nicht denn hin? Ich habe das übel unterschätzt, wie heftig man jeetet mit den Dingern. Überheftig. Jetzt weiß ich ja, warum Elina da so über wegkürzt. Die Frage ist, hast du jetzt auch einen Abkürzer gehabt oder nicht? Ja, natürlich hat er einen Abkürzer gehabt. Du bist hier in meiner Security-Kamera drin. Oh, 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 oh. Willst du deine Zeit wissen? Ja. Das ist ja... Ja! Nein! Nein! Das ist ja wohl ein schlechter Witz. Das Ding geht krachen. Das ist dieses Format 1-Erlebnis. Gegen Leclerc. Okay, warte, da komme ich aber dazu. Der ist 12,8. Ja, Gambo. Das ist ja ein Witz. Aufschwetze. Fertig. Und los. Oh, das sieht über... Oh mein Gott! Nein! Ja, okay, das war ein Dreier schon mal. Das war ein Drei. Das ist ein klassischer Dreier. Der gewinnt, der gewinnt. Ja! Warte. Nee, ganz knapp gekallt. Nein, nein, wie viel waren es? Also, Fabi... Ja, okay, ich hab ein bisschen eine andere Zeit, aber... 16,0... Ja, 16,08. Den war ich, kennen wir mich. Ja, da ließ man in der Platzierung. Ben kann viel besser Zeiten stoppen. Yo, Ben hat wieder... Junge, Junge. Aber das war schon sehr knapp alles hier. Ja, war sehr knapp. Da bin ich auch erst mal offiziell viel besser als Ben. Wer von euch hat... Ja, weil Fabi auch weniger wiegt, deswegen ist sein Auto schneller. Ja, komm. Ich muss halt meinen massiven Trizeps damit tragen. Jungs, wenn es danach geht, wäre ich noch am Warnen. Auf die Plätze. Warte vorher, müssen alle Leute noch was Video legen. Liken zu dem Kanal, abonnieren. Nur mit der Kraft der Likes kann Gambo über diese Strecke fliegen. Okay. Sonst hab ich nicht genug Tank in meinem Motor. Was? Oh, es hat einen Tank. Gambo fährt mit sieben Tanks, deswegen ist er auch so langsam. Auf die Plätze. Fertig. Jo. Ich hab den anderen Mega-Stadt hingelegt. Weil der wieder früchte... Au, 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 au. Ich hab mich abgekürzt, ich bin ehrlich. Ja, Alter. Jo, wie hab ich denn das geschafft? Benjamin. Habt ihr das gesehen, wie ich da geflogen bin? Ich fliege an allen vorbei, weil ich mache. Aua, Gambo. Aua, ich bin schon der Strecke. Aua, ich fliege an. Jeder hat abgekürzt, diese Illegale. Habe ich gar nicht. Elino. Äh, ich fahr dich um. Gambo fährt da wieder irgendwo. Hi, Gambo. Irgendwer fliegt ja auch. Ich kürze dich ab. Ich fahr die ganze Zeit außen rum. Das ist das Illegalste, illegale Straßenländer, das ist hier geflogen. Boah, da wird auch anders gedriftet. Ich hab die Überrunde. Ich hab die Überrunde. Ich hab die Überrunde. Wie viele Runden haben wir eigentlich? Acht Stück. Acht? Ja, wir haben jetzt die dritte schon. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ohne witzig zählen gar nicht. Ich sag euch ehrlich, die Strecke ist auch mehr Vorschlag als Vorschrift. Also ich bin abdenklich schon zehnmal abgekürzt. Ist Überholrecht überhaupt. Nein, nein, hast du nicht. Ich bin Erster. Ey, ah! Ich bin Erster, sagt die einfach. Ja, ich bin nicht. Nee, 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 nee. Copy, mach nicht schlapp, Junge! Nein, ich hab gebremst. Gambo ist da völlig auf Abwägen. Stimmt nicht. Oh, ich hab richtig gebremst. Ich bremst gar nicht, aber ich kürz einfach ab. Mein Tag ist kaputt. Gambo, da wolltest du zu viel. Bin ja wie fertig! Da wolltest du zu viel mit dem Driften. Du hast keine acht Runden, Fabi. Wo sind denn alle? Wo sind denn alle? Hallo? Ja, du bist dritter, Gambo ist vierter. Das stimmt nicht! Du kommst jetzt ins Ziel, Elina. Und Gambo muss da die ganze Runde. Ey! Die ganze Runde, ey. Aua! Dich nehm ich mit, Junge. Aua! Also ich hab wirklich, ich denk, ich hab 15 Mal abgekürzt. Ey, ich muss ehrlich sagen, als ich alleine fahren konnte, konnte ich hier richtig clean lang fahren. Ich sag euch ehrlich, ich... Dann bin ich wieder geflogen über Elinas Kopf oder so. Ich denk, in den acht Runden hab ich nicht einmal es geschafft, hier durchzufahren. Elina ist da auch dreimal vorbeigefahren. Ich bin so immer rausge-jeetet bis zum Get-No-Air, war das krampfhaft alles. So, Verlierer muss Maden essen, hab ich gehört. Wie beim Dschungel. Stimmt, wir brauchen jetzt noch eine Bestrafung, Leute. Die letzten zwei Leute kriegen die Bestrafung. Oh nein! Die Gambo auf der Ampestorin da reinzieht. Nein, warte, wir machen... Jeder eine Made. Krieg ich eigentlich auch was als sie? Eine Made? Ja, okay, warte. Fabian, hast du wirklich gewonnen, sei ehrlich? Ja. Hast du gelogen? Ja, Nini hat gewonnen. Gut, dann kriegst du... Okay, du darfst dir was wünschen. Irgendein Item, aber übertreib nicht. Wünschen? Aber musst du das jetzt sofort machen? Ja, ja, du kriegst es... Also du musst es sofort machen und du kriegst es auch sofort. Ich wünsch dir doch ein schönes Foto. Ich wünsch mir... Ich wünsch mir ein Foto und ich wünsch mir mein Kirby voll aufgetunt. Du willst einen voll aufgetunten Kirby? Ja. Dann komm mal mit, den kriegst du sofort. Was? Ich will mitkommen. Leute, wir fahren jetzt kurz Kirby-Parade in die Stadt auf dem Bock. Ja, Mann, ich hab nie... Was ist mein Auto? Kurz Auto treffen. Entschuldigung, ich hab dein Auto geklaut. Warte, Ben, warte, ich hab deins geklaut. Das ist meins. Ich will deins. Okay, na gut. Das ist von ihrer Auto. Leute, kennt irgendjemand den Weg nach Hause? Ja, hier nach. Kommen wir übers Wasser? Ähm... Wir müssen einen Weg bauen, glaube ich. Dann schaffen wir es. Ey, 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 oh mein Gott, Unfall! Unfall! Holt schnell den Rettungsdienst! Wir brauchen den Rettungsdienst! Ich brauch den ADAC! Nein, das Auto ist amartig! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Elina, wir müssen erst mal Elina retten. Scheiß mal auf das Auto. Ich muss ins Krankenhaus fragen, wieso? Wie kriegen wir denn Kirby jetzt da raus? Das sieht so scheiße aus. Ich hab ihn! Ja, ja, Mann! So, bitteschön. Der Motor hat anders einen Wasserschaden, sag ich dir, wie es ist. Ich hätte fast wieder reingefahren. Boah, ich hab schon... Ach, ihr seid da rüber gefahren? Ja, man kann einfach durchs Auferfahren. Auf Lock. Boah, ist ja richtig krass. In Kirby ist nämlich sehr, sehr viel heiße Luft. Wie in Bens Kopf. So, still los. Wohin müssen wir? Was ist das denn hier? Ist das etwa die Paintball-Arena? Das ist ja das hässlichste Gebäude, was es in der Morgenstatt gibt. Das nimmst du zurück! Lass Perry in Ruhe! Da hat sich Elina sehr viel Mühe gegeben. Perry sieht übel gut aus. Leute, ich komm hier nicht hoch. Wie kommt ihr da hoch? Hallo? Immer nur ein Block. Du musst W drücken. Danke, Bro. Hast die Map wieder vorher abgefahren, war? Ich bin in den Backrooms gelandet von Flo. Nein, was? Ehrlich? Mann, warte ich. War lustig. Ey, ich bin beim Friseur. Kurz Bart machen lassen. Ich bin bei der Palenco. Heiße, ich bin falsch abgebogen. Einmal in die Kamera! Die Spanx ist scheiße! Let's go! Was ist das denn jetzt? Wie random. Ein Schild? Irgendjemand droht mir. So, hier. Das ist fully iced out Kirby. Lass ihn komplett ausrauben. Ey! Da sind ein paar Substan... Benjamin, du siehst das gar nicht, ne? Alter! Was? Das sah übel cool aus. Was hast du gemacht? Er ist gerade in dem Moment geflogen und es sah wirklich aus, als ob ich ihn richtig mit dem Auto weggeflogen. Und der so kopfüberfliegt. Das sah übel cool aus, aus meiner Sicht. Das ist der iced out Kirby. Das ist iced out Kirby. Das ist der beste Motor mit den besten Rädern. Das heißt, der ist schneller und allem so und dran. Der ist full schnell. Also, der ist wirklich diese astronomische schnell. Der hat einen Diamantmotor, das sieht man hier. Und der hat halt... Also, Kirby hat generell ein sehr leichtes Gewicht, also von der Karosserie her. Stell dir mal kurz auf. Ich will mal kurz ein Fünferfoto machen. Das sieht ganz lustig aus. Ah, ciao! Benjamin! Benjamin! Und der vermeintür. Der Ben wieder. Okay, was ist jetzt die Bestrafung für den Nesten? Stimmt. Was machen wir jetzt? Madenessen hat man doch schon. Madenessen? Maden sind aber kacke. Aber war die Bestrafung nicht, dass du ihm den iced out Kirby geben musstest? Stimmt! Das ist schon der Kunde gewesen. Okay, wir brauchen noch eine lustige Bestrafung. Okay, wir machen noch eine Bestrafung. Ja, hier, lass doch hier so Items rein. Da muss man dreimal drücken. Oh, das ist cool. Okay, ich nehme die Eid, aber nicht. Ich sage dir, hast du ein Inventar voll? Ich sage dir drei Slots, die über Schiffe versenken und die packst du da rein. Okay, warte, dann mache ich kurz mein Inventar voll. Okay, alles außer Netherite einfach rein. Okay, aber so krasser Stuff ist jetzt bei mir auch nicht drin. Ich habe alles drin, außer mein Besen. Elina sieht da wie aus wie so eine Mülltruhe. Hey, was für ein Müll. Oh mein Gott, Elina. Das war der Totem, der nämlich. Oh, der sitzt nämlich braun. Hey, nice. Da tickt die ganze Zeit das Haus. Da tickt die ganze Zeit das Haus aus dem einen. Ihr seid schon vor. Macht die doch nicht. Nein, nein, nein. Wer hat denn alle angemacht wie random? Ich habe gar nichts gemacht. Das hat meine Besen kaputt gemacht, aber das war als drittes. Ja, das war komplett dumm jetzt, Digga. Ja, Tabi sich wieder komplett nicht unterschaut hat. Nein, 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 das lassen wir nicht. Ich habe es dann wieder ausgemacht, damit es irgendeine wieder angemacht hat. Ich habe nichts damit getan. Das hat mein Hexen-Daisy, Gambo. Elina, ich mache dir einen Neun. Gambo, das hast du mir schon dreimal gesagt. Du hast meinen Panda getötet, ich habe nie einen Neun bekommen. Du hast meinen Froggy getötet, ich habe nie einen Neun bekommen. Das muss ich wieder selber machen. Ja, natürlich, ey. Ich, Kanzler, gewählt per PvP-Kampf. Ich verfüge über eine tödliche Ambossstrafe. War es schon drei Wochen vorher, Kanzler? Gegen den straffälligen und straffälligen. Lol, Ben Hex bei mir. Bei mir bauen sich seine Blöcke nicht mehr rum. Ben Hex, schnell runterschießen, Ben Hex! Stell dich hin, Gambo, ohne Rüstung. Und auch nicht tricksen mit Verstecken und so. Ohne Rüstung? Wenn du rumtrickst. Ich trickse nicht. Oh mein Gott, ich sterbe. Ist der runtergekommen wieder? Ja, ich habe es auf Kamera. Jawohl. Kamera. Oh, der hat den Pfeil in seinem Kopf, siehst du. Oh, ich habe den auch so prime im Hinterkopf. Hardes Leben. Okay, drei. Warte, 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 warte. Ich muss noch full live werden. Full live? Ja, so, ich kann es nicht. Ich bin... Lina, halt drauf. Ich werde da noch hinterher helfen, wenn es nicht reicht. Okay. Das hat beim Geräusch. Ich habe schon auf jeden Fall trotzdem. Das Ding hat sich jetzt klauen ihm seine ganzen Sachen. Let's go. Oh, guck mal, Featherite-Leggings. Ein Greifhaken. Oh, Geil. Nein, lass meine Leggings in Ruhe. Gammos Geschoss, Geil. Ey. Die Sache ist, dass meine ganzen Sachen halt auch so heißen. Hallo, Gambo. Hallo. Es fehlt auch noch mein Dings, mein, mein... Ah, nee, warte. Mein Brustpanzer habe ich. Meine Elytra fehlt. Ich kann das alles nicht mehr. Ich habe da nichts rausgenommen. Wenn ich das so sage, dann ist das auch so. PvP-Kampf zwischen Fabi und... Ich habe da nichts rausgenommen. Elina, hast du es? Was habe ich? Ja. Alles klar. Ja. Ja. Ich habe gar nichts. Ich trole meine Freunde mit. Ich habe gar nichts. Nee, die benutzt sogar gerade deinen Greifhaken. Junge, der stimmt sogar. Das fehlt ja auch noch. Ich kann das alles nicht mehr. Und mein Greifhaken, bitte. Dein Greifhaken? Den habe ich dir schon gedroppt. Nein, Fabian. Fabian? Ich schwa, ich habe dir den gedroppt. Ja. Gib mir den Greifhaken. Ich habe keinen. Ich bin Spider-Man. Das ist aber unentspannt. Alter, Fabi. Du musst loslassen. Lass los, Fabi. Ja, ja, boom. Junge, die Bomben kommen voll weit hoch. Hä? Ist bei dir gerade dein Totem? Dein Totem ist einfach random. Was ist da gerade passiert? Mein Greifhaken. Benjamin. Ey, ich denke, du hast den gerade in die Luft gesprengt, ehrlich gesagt. Nein, du hast den aufgesammelt. Nee, nee, du hast den in die Luft gesprengt. Echt jetzt? Ich habe ihn nicht. Warte. Du hast gerade eine Bombe auf das Ding geschmissen. Der hat den G.G. Greifer weggesprengt. Es ist so unfassbar nervig, den herzustellen. Oh nein, ich kann das alles nicht mehr. Nein, du hast den. Was? Wer hat den? Nein, du hast so gesagt. Nein, du hast den. Ja, ich war mir ziemlich sicher, dass du den hast. Was kommst du davon mit deinen duplizierten Bomben, ey? Duplizierten? Das sind normale Bomben. Die sind gecraftet. Alter, man wollte ganz genau gucken. Guck. Gambo, wurde eigentlich dein Kirby auch mal geklaut? Ja, der stand heute am Café. Ich habe Ben schon beschuldigt. Vielleicht hat das was mit dem Schild zu tun, was da vor der Garage stand. Elina? Ich weiß nicht. Elina? Was? Ich kann einfach kurz reden. Nee. Ich rede nur mit der Polizei. Und du bist gerade nicht in die Luft. Ich bin der Staat. Was für ein Fabi los? Habt ihr das gerade gesehen? Der hat immer bei mir rumgebracht. Fabi, hast du Kirby kaputt gemacht? Digga, hast du gerade dagegen gehauen? Nein. Oh mein Gott. Ich kann das nicht. Du kannst Autos nicht einfach so kaputt machen. Digga, wer hat dieses Auto gerade kaputt? Ich habe es nicht gemacht. Ich schwöre. Gambo hat mir dieser Brechstange dagegen gehauen. Du kannst es einfach wieder zusammen placen. Du musst mehr es neu bauen. Ich habe gar nichts damit zu tun. Dann gib mir die Items. Ich habe keine Items. Fabian, du hast alles im Inventar, Junge. Fabian. Digga, mach deinen Job und mach mir ein neues Auto. Gar kein Thema. Ich habe ein ganzes Deck davon. Was? Was? Deck? Los, JP, jetzt leg los. JP. JP. Deutsche JP von Freunde. JP Performance in Minecraft. Elina, aber danke für den Tipp. Ich sage dem Polizeikommissar Bescheid. Der wird wahrscheinlich die Tage mal vorbeischauen. Und dein Haus anzünden. Was? Was? Hm? Nee, ich bin privat hier, Benjamin. Keine Fotos. Er ist gerade in Zivil. Ach spendet. Ja, die Frachor schreien, Leute. Abraham macht hier, jeu man neu. Ja, die Frachor sind am Press. Alle gehen haunt. So jump, jump, jump. Frachor sind am Press und alle gehen haunt. Let's get up